Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 8. Oktober 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1097. Heute mit den folgenden Themen. Apple Watch, ColorOS 12, MNTD, Apple Pay, Sendadil Dragoon und Displayed Thron. Ich starte gleich mit der Apple Watch und diese könnt ihr ab heute. Ich bin nicht ganz sicher, ob am Morgen um 9 Uhr oder nachmittags irgendwann bestellen, vorbestellen genau gesagt und dann am kommenden Freitag im Apple Store eure Wahl abholen und oder euch natürlich auch per Post zuschicken lassen. Nicht Post, sondern was ist das DPD? Einfach ein Zusteller, der schnell liefert. Genau. Wer mag, schlag zu. Alle anderen, lass es sein. Alles ist gut. Dann gibt es Neuigkeiten zu ColorOS 12. Ja, ich weiss, ich habe schon das eine oder andere Mal darüber geschrieben, berichtet. ColorOS 12 hat den internationalen Launch-Fest gelegt und der wird sein am 11. Oktober, das ist so vieles mir ist, der kommende Montag, um 11 Uhr ist soweit zu unserer Zeit. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen, was uns OPPO so zu zeigen hat. Ich bin da gespannt, wie stark sich das von der chinesischen Version abheben wird oder unterscheiden wird und oder ob es einfach nur die eingedeutschte Version davon ist. Wir wissen ab nächsten Montag mehr. MNCD, People's Network with Helium. Wer nicht weiss, was ein Helium-Hotspot ist und nicht weiss, warum man sowas braucht, einen ganz kleinen Beitrag habe ich dazu geschrieben, aber das ist nur der Anfang. Ich werde euch nämlich nächstens ein bisschen mehr darüber berichten können. Wer sich dafür interessiert, ein eigenes Netzwerk aufzubauen, Lora-Wahn-basiertes Netzwerk, also analog diesen, der kann sich das Ganze mal anschauen. Ich finde es ein extrem spannendes Projekt, aber wie gesagt, bald schon mehr. Auch darüber im Geek Talk, dem Mutter-Podcast, dann mit einer kleiner Sonderfolge dazu. Apple Pay und die EU. Das ist ja seit dem Sommer so ein Ding, ein bisschen hin und her. Die EU ist am Ermitteln etc. Und jetzt wollen sie anscheinend weiter vorgehen. Es soll anscheinend von der EU-Kartellbehörde ein, wie heisst es so schön, ein Postulat eröffnet werden. Sprich, Apple wird vor Gericht gezerrt, um sie dazu zu zwingen, das Ganze zu öffnen. Ich weiss nicht so recht und würde mich auch nicht darüber freuen. Aber das Thema hatten wir schon mehrfach, auch mit anderen. Dann gibt es noch etwas Zweites, neben dem eben Apple die NFC-Geschichte öffnen muss, ist in den Niederlanden auch, also wurde Apple auch vor das Gericht gezerrt und oder wird gezerrt, und zwar vor der EU, nee, so rum, vor Gericht gezerrt. Das ist richtig, die dortigen Wettbewerbshüter, jetzt habe ich es wieder richtig zusammen, die haben nämlich gemeint, dass Apple den Bereich des App Store, Bezahlung etc. beherrsche und da eine Übermacht habe und sie sich da öffnen müssen, sollten und so weiter. Auch da hoffe ich, wie gesagt, nicht darauf. Ich mag es, dass wenn ich irgendwo irgendwas auf meinem iPhone kaufe, was mit Apps und Diensten etc. zu tun hat, dass es zentral, einfach und an einem Ort abgerechnet wird. Ich weiss auch, wo ich kündigen muss und so weiter und so fort. Ich will da nicht noch einen zweiten und dritten Dienst drin und womöglich dann noch einen, der meine Daten sammelt. Zendadil Dragoon, wer damit nichts anfangen konnte, seit Juli diesen Jahres ist es der längste Baumwipfelpfad der Welt und der ist in Laax, genauer gesagt in Graubünden zu Hause. Und da gibt es in Zusammenarbeit mit OPPO, die hatten wir heute irgendwie schon mal, genau, mit Coloro ist ja vorher, einen Weg bereitet, respektiven Weg angereichert, und zwar mit AR, also Augmented Reality, angereicherte Realität und VR, virtuelle Realität. Und die beiden Dinge bringen sie da mit auf den Pfad. Man kann da Mythen und Fabeln aus der Umgebung noch um diesen knapp 1,56 Kilometer langen Weg erweitern und sich da ein bisschen mehr reinbringen. Klingt spannend, würde ich gerne mal besuchen. Mal schauen, ob es vielleicht in diesen Herbstferien noch reicht. Zu guter Letzt kommen wir zum iPhone 13 Pro Max, das ganz Grosse. Und das hat sich nämlich jetzt den DxOMark Display Throne gesichert. DxOMark, wem das nicht sagt, das sind diejenigen, die immer die Kameras testen von den neuen Smartphones und da die einzelnen Hersteller in eine Skala oder in eine Rangliste eingeben. Da ist das iPhone nicht ganz top, irgendwie zwei dritter Stelle, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber beim Display sind sie es. Das letzte Smartphone, was den höchsten Punkt erstiegen hat oder erklommen hat, war das Huawei P50 Pro, welches es bei uns nicht gibt. Die haben insgesamt 93 Punkte zusammenbekommen. Apple hat es fast geschafft, die 100er-Grenze zu knacken. 99 Punkte gab es für das neue Display. Und das liegt vor allem daran, dass es einfach so gut ist. Ganz einfach gesagt. Spannend ist das natürlich, das ist ja, so viel ich es richtig im Kopf habe, ein Samsung-Display, dass da andere Hersteller so viele Punkte und so viele weite Punkte hinten dran sind. Schaut man sich eben zum Beispiel das Samsung-Flaggschiff, das aktuelle, das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G an. Das kommt auf 91 Punkte und das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G auf 90 Punkte. Auch spannend ist, an zweiter Stelle dieser Rangliste kommt auch ein iPhone, und zwar das iPhone 13. Das kleine Süße, was ich habe, das ist gleich auf wie das Huawei Smartphone. Und das ist besonders deshalb interessant, wenn man bedenkt, dass dieses Jahr nicht die 120 Hertz Bildschirmwiederholungsrate hat, wie es zum Beispiel eben das von Huawei hat. Also wirklich interessant. Ja, das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe zusammenkratzen können. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr dann Wochenende habt und nicht arbeiten müsst, ein schönes und erholsames Wochenende. Und ja, bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.